Erinnert ihr euch noch an die Zukunft? Am 21. Oktober 2015 ist es soweit. Sie bauten eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? Hey McFly! Hallo! Grundkritiker! Marty McFly und Doc Brown sind endlich zurück. 1.21 Gigawatt! Auf der großen Leinwand. Wenn du's tust, hat das Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Ist das nicht ein Traum, Junge? Du bist meine Ma. Wollen Sie mir jetzt etwa erklären, dass meine Mutter scharf auf mich ist? Zum ersten Mal in gestoffen scharfer Digitalversion. Mein Name ist Darth Vader. Das ist der Hammer. Darauf hab ich mein Leben lang gewartet. Es wird Zeit, zurückzuklären. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Nur am 21. Oktober im Kino. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Vielen Dank.